In der Schweiz wurden über 100'000 Kinder verdingt. Mach die Zertöne auf! Mama! Man hat uns viel als billige Arbeitskräfte benutzt. Grüß Gott, Herr Pfarrer. Die schauen aber auch, dass er etwas länger herhängt. Mit Gottes Hilfe! Ich habe mich so gefreut, in eine richtige Familie zu kommen. Aber es kam dann ganz anders aus. Hey, Max! Wie viel von dir so eine tätige Mutter auf die Welt steht? Du hast auch nicht recht. Du kannst gerade betreten. Ich weiss nicht, was ich gemacht habe. Ohne meine Musik. Und ohne das Bett. Max, du musst keine Angst haben. Er hat keine Ahnung, wie sie zu ihm hergeht. Alle haben es gewusst. Aber die meisten haben weggeschaut. Ich frisse den Decken noch mehr! Uah! Was mache ich? Stopp! Hör auf! Warum du mich kennst? Warum? Weil du für mich da bist. Das ist nur meine Geschichte. Meine Geschichte. Ich bin schon mal. Das ist nur meine Geschichte.